Ich glaube, wir können das Tutorial überspringen. Meinst du, man kann es überspringen? Das wäre ja super. Ich glaube ja. Okay. Ja, ähm, ein wunderschön. Ich musste erst mal noch ein Brötchen essen. Ich habe noch keine Armut gegessen gehabt. Deswegen ist es ein bisschen später geworden. Fünf Minuten, naja, das geht ja noch. Fast pünktlich. Fast pünktlich. Was spielen wir denn heute? Ja. Zieht euch Viewfinder rein. Das ist ein megacooles Game. Ach, wir spielen Viewfinder. Da habe ich das falsche Spiel untergeladen. Ja, nee, spielen wir nicht. Aber ich habe dir ja gerade eben, weil du mir nicht zugehört hast, erzählt, dass ich einen Trailer gerade rausgesucht habe für ein Spiel. Ja, da habe ich dir gesagt, ich starte schon mal das Spiel. Ja, aber da gucke ich mir ja trotzdem den Trailer an. So. Wir spielen Saints Row. Erneut. Erneut. Der Schicke sagt, es liegt am Speicherstand, den wir haben. Ja, ist meine Vermutung, weil jeder Mensch auf dieser Erde kann das Spiel im Koop spielen, nur wir nicht. Vielleicht liegt es an uns? Ja. Hast du da auch schon mal nachgedacht, dass es an uns liegt? Ja. Okay. Also, okay, ja, kann sein, ich weiß es nicht. Vielleicht sind es auch wir. Aber ich möchte, dass die Investitionen in dieses Spiel nicht begraben wissen. So, ich mache mal den Host hier. Ja, 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 ja. Ich habe, also es gibt fünf Schwierigkeitsgrad-Typen und ich habe den zweiten gewählt, okay? Von oben oder von unten? Von oben. Von oben. Ich habe dich eingeladen. Okay. Geht ja heute richtig schnell hier, wa? Auf Zustimmung vom Horst. Möchtest du deinen bestehenden Spielstand laden? Muss ich einen Spielstand laden, ja, ne? Das kann ich ja. Nein! Nein, hör auf! Du sollst ja keinen laden. Muss ich ja neu... Jetzt muss ich aber hier einen Herausforderungstyp auswählen. Tourist, Glücksjäger? Was hast du denn hier noch? Ein Boss oder Sensei? Glücksjäger. Vor allem, guck mal, mit Sternchen. Ist ja cool. Ja. Oh, die Shader werden übrigens optimiert gerade. Kleinen Moment, 84%. Ist aber nicht übersprungen das Tutorial. Hast du nicht gesagt, das Tutorial ist überspringbar? Das war eine Vermutung. Aber wir können ja diese Sequenz hier überspringen. Meinst du? Ja, kann ich. Wir können es auch lassen. Nee, ich überspringe jetzt die Sequenz. Weil wir kennen sie ja schon schließlich, ne? Oh, ich darf wieder neun... Oh, wir können ein... Oder einen gespeicherten Bus. Aber da... Hä? Machen wir uns einen neuen Charakter oder nehmen wir den alten? Ah, ich baue mir einen neuen. Komm, also Spaß muss sein. Bist du sicher? Nee, ich will... Wie kann ich denn hier Bosse? Genau, ich nehme wieder einen Charakter vorne weg. Voreinstellung, meine Bosse. So, dann... Ich nehme meinen als Vorlage und verändere den hier. Oh, 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 wir haben Nippel. Wir haben Nippel. Ja, die sind bei mir alles zensiert, also... Bei mir nicht. So. Ist das ein Problem für YouTube, wenn man Nippel sieht? Äh, Nippel... Nee, bei Männern nicht, wenn du ne Frau hast, schon. Okay, dann hab ich's jetzt... Ich hab's... Äh, ja. Ich halt mal die Hand vor. War's vor deinen Nippeln, oder wie? Man sieht bei ihr die Nippels. Na, das wird Gründe haben, ne? Ja, passt mal auf, Freunde. Bevor wir hier zensiert werden als Stream, werde ich einen vorgefertigten Boss nehmen, nämlich meinen alten. Ach, jetzt nimmst du ja mal einen alten Boss? Ja, weil... Nippel-Alarm. Ach so. Dann muss ich mindestens hier noch meine Hand anpassen. Wann mal, Körper... Die hab ich nämlich gerade verändert. Prothesen. Armee. So, daneben war normale Arme. Aber man kann sich ja später... Warum? Wieso? Warum werden schon wieder die... Oh! Mann! Aber der sieht doch total anders aus. Kann es sein, dass die ihren Dings hier geändert haben? Ihren Bummens? Was denn? Ich hatte doch eine ganz andere Nase. So, kannst du dich jetzt wieder was anziehen, bitte? Danke! Oh mein Gott, ey. Schon zweimal Nippel-Gate in diesem Stream. So, ich bin fertig. Nasenscheidewandbreite. Also bitte. Nasenspitzen-Tiefe. Genau. Jawoll! So muss das. Oh Mann. Oh Mann. So, ich glaub, ich bin fertig. Reicht aus. Ja, Gott sei Dank. Ich muss die kleine kosmetische Korrekturen noch machen. An der Nase oder was? So, das übersprich ich jetzt auch, ja. So. Ach, der sieht super aus. A few months earlier. Aber scheinbar... Okay, das übersprich ich jetzt auch. Also wir überspringen das, weil wir es schon kennen. Und, ähm, schon gesehen haben. Bzw. wir jetzt, ja. Wobei, bist du jetzt hier mit drinne? Ich bin mir nicht sicher. Ich spiel jetzt das Tutorial. Ja, ich auch. Ja, theoretisch spielen wir das zusammen. Theoretisch. Wir haben das ja auch beim letzten Mal zusammengespielt. Sicher? Ja. Okay, ich bin jetzt in... In's the game. Wo bist du? So, wo ist denn jetzt der Firebox? Also ich bin jetzt hier im brennenden Bus. Wo bist du? Gar nicht da. Du bist gar nicht da, Mann. Ja, wir versuchen es wieder, JP. Weil... Neuer Spielstand und so. Ich glaube, die Bugs sind gefixt. Aber nicht in unserem Spielstand. Ja, eben. Deswegen haben wir ja einen neuen. So. Oh nein, er ist tot, Jim. Bist du das da? Nee. Doch, das bist du. Nee. Wer? Wer da? Da. Ja, ja, es ist für dich. Hallo. Hey. Hallo. Hey, wir spielen im Koop. Hi. Ja, siehst du. Super. Lass uns durch, ja. Komm hier. Ich kenn den Umweg. Ich kenn den Umweg. Ich hab alles auf... Ich hab Raytracing auf Ultra. Hi, Steelchillin. Wir versuchen es mal wieder, Saints Row zu spielen. Mal gucken, ob es funktioniert. Ja, das wird schon. Ich sag, wir werden nicht mehr als einen Bug haben. Ja, das ist aber genau der Schlimmste von allen. Liebst du auch mit, oder stehst du nur rum? Hä? Ich mach hier die ganzen Feinde platt, du. Nee. Alle mach ich platt. Gleichzeitig. Dankeschön fürs Daumendrücken. Ich hoffe, das wird auch was. Was? Ich wünsch dir mehr... Oha, die sind viel zu langsam. Die sind viel zu langsam hier. Ehrlich. Oha. Aua. Man sieht bloß nicht so viel, weißt du. Oh, verzieht. Kann er. Ich bin doch beim Pazwatz-Vorzeug. Ja, aber ich nicht. Nimmst du den Turret oder ich? Na, komm ich mal. Los, feier. Machst du platt. Wo auch immer die ganzen explosiven Geschosse herkommen, ja? Hey, vor dir sind welche. Ja, hier sind überall welche. Rechts sind welche. Ja. Das ist ein Heli. Heli, 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 Heli. Heli, 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 Heli. Au. Oh, warum bin ich jetzt drinnen? Ich bin's nicht, ich fahr nicht. Ich glaube, wir konnten das auch beim letzten Mal so spielen, oder? Zusammen. Weiß ich nicht mehr. Echt jetzt? Oder? Ich glaube schon. Ähm, E-Wurf, ein Feind zu Boden. Okay, ja. Ist doch egal. Viel dazu. Ich drück die ganze Zeit E und er fällt nicht zu Boden. Kennst du das, wenn du E drückst und er fällt nicht? Nein. Jetzt ist aber ja fein. Ah, jetzt darf ich nur treten. Okay, gut. Was ist eigentlich das Ziel von dem Spiel? Ja, auf jeden Fall. Es zu beenden. Weißt du, schaffen wir? Ja, jetzt sei doch nicht so negativ. Ich bin nicht negativ. Du bist die ganze Zeit schon so negativ. Nein, ich stelle nur legitime Fragen. Nee, du bist so negativ. Nie. Ist ja nicht wahr. Ich war raus, nach frischen Luft war ich. Ja, da kann ich ja nix hören. Na, Aaron? Aaron Carter ist wieder da. Uh. Wir fangen neu an. Wir fangen neu an. Du schießt aber auch, ja? Ja, wir spielen auf den schwierigsten Schwierigkeitsgrad übrigens. Ja. Es ist easy. Jemand mit Killer. Ja. Komm, mach mal Barrikade weg. Mach ich doch. Machst du mal Barrikade weg? Mach ich doch. Geht nicht. Ich hab Bombe. Ich hab auch Bombe. Ich hab auch Bombe. Ich mach mal dran, oder? So. So. Geil. Ja, nicht, dass jemand denkt, so ist es. Komm, go, go, go. Ja, der Witz ist ja, ich hab mir damals ja auch die Collectors Edition geholt. Von dem Spiel. Ja, ja. Und ich hab mich voll geärgert, dass wir es einfach nicht spielen können. Aber deswegen ist meine Hoffnung jetzt da. Also drückt alle die Daumen. Dass wir es zu Ende spielen können. Zumindest so weit, bis wir aufgeben. Das macht keinen Sinn. Wieso nicht? Ja, ich will ja nicht aufgeben, mein Freund. Ja, aber das ist ja dann eine aktive Maßnahme. Ey, der bewegt sich, das ist unfair. Hast du, ey, da hast du kein Auto-Aim drin? Warum? Ich spiel ja nicht mit dem Controller wie du. Ist das jetzt eine Kritik an meiner Person? Nein, das ist einfach nur deine Spieler-Weise. Ja, ich spiel mit Controller. Genau, da kann man ja nicht so gut zielen wie mit einer Maus, weißt du? Das stimmt ja gar nicht. Na klar. Ja, guck mal, wie ich hier reinrotze. Ja, mit Auto-Aim, mit Auto-Aim. Nee, überhaupt nicht. Ich hab Auto-Aim ausgeschaltet. Ach so, okay, dann ist gut. Ich fang jetzt hier rein. Oh, immer dieser Herder hier. Prost, immer schön dran denken, fühlt euch bevormundet, ausreichend trinken. Zicken-TV, nein, es ist die Zwei-Abend. Ja, wir könnten das ja auch ganz einfach klären mit dem Zicken, indem wir aufhören damit. Also du. Hä, bist du ich? Ja. Ich hab doch gar nichts gemacht. Warum hab ich ne weibliche Stimme? Das ist meine. Aber ich, das ist doch mein Charakter. Vielleicht bist du ja ein Mädchen. Und du weißt es nur noch nicht. Ich hab gendergerechte Sprache eingestellt. Aber ich, irgendwie hab ich das Gefühl, also entweder sieht das Spiel besser aus, oder ich hab's schlechter in Erinnerung. Ich hab nämlich, äh, 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 ich hab nämlich irgendwie alles auf hoch gestellt, und so. Aber das sieht echt gut aus. Und er, äh, oder hab ich's nur... Die hatten ja auch ein paar Tage Zeit, um zu patchen. Oder hab ich's nur schlechter in Erinnerung. Wahrscheinlich, ne? Wahrscheinlich. We know he's in the saloon. He can't stay in there forever. Oh ja. Oh, das wird gut. Oh, das wird gut. What? What the fuck? Thanks for the ride. The fuck? I'll see you around. We need air support now. Stand down. We don't got time for hero bullshit. Don't worry, I got this. SOS, SOS. So, wer da fliegen? Oh, shit. Oh. Lass mich allein zurück. Nein. Just take my hand. Ja, mit der Knarre. Seh ich jetzt erst. So, und jetzt, ähm, jetzt, ähm, müssen wir hier knarren, Dings, schießen. Dann Dings immer. Ach ja, und das ist ja, wo wir beide belangt können, ohne nachzuladen, ja. Warum auch immer. Warum häng ich jetzt hier unten ab? Hängst du auch unten ab, oder? Nee. Warum hängst du nicht unten ab? Ja, ich häng auch unten. Hä? Ich hab dich doch gerade gefragt. Du, nee, nein, nein, nein. Ich war, ich bin hier gerade bei einer anderen Sache dran. Na, bist du an demselben Ding dran wie ich, oder? Ja, möglicherweise. Holy crap. Das ist ja wie Tontau umschießen hier. Okay. Der ist immer noch da drinnen. Aua. Aua. Du streckst doch mal ein Schiedsgesicht. Oh oh. Ist das sauber gelandet, das Teil. Get down, get down, and move it on the ground. Get your hands in the air. Put your hands up in the air, put your hands up in the air. Whoop, whoop. I caught him. Ich muss da andere Stimme nehmen. Das ist sehr irritierend. Sehr, sehr irritierend. Das hab ich gelesen, JP, ne? Also... Nur mal so. So, Kleiderschrank. Kopf. Eigentlich will ich gar keine Kopfbedeckung haben. Ne, will ich auch nicht haben. Wenn ich jetzt schon wieder... Unterwäsche. Oh Gott, sehen wir jetzt wieder Nippel? Ne. Ich nehm die Brille für Atalantana. Keine Ahnung, ich kann hier nix einstellen. Ich glaube... Du wirst nichts einstellen. Ich kann ja alles anziehen, was ich will, du. Aber ich hab hier keine Outfits. Das ist sehr... Das ist sehr gemein, JP. Aber egal. Oh nein, oh nein, sorry, sorry, sorry. Ich wollte euch den Busen nicht zeigen. Mein Gott, warum ist das denn hier ungeschnitten? Oh Gott, schon wieder. Mein Gott. Ach so, ein Zufall aus Versehen, ja. Ich mach das echt nicht extra. Ja, 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 ja. Ich will hier doch nur was anziehen. Ja, genau. Sag ich auch immer. Ich will hier nur was anziehen. Ich lass jetzt hier die Konfig. Mann. Also ich hab auf fertig geklickt. Das ist gut. Warte mal, ich bin erst mal bei oben. Ich muss doch unten was anziehen. Unterwäsche. Ja, bitte. Ach, da geh ich auf zensiert. Das ist ja alles gut. Unterteile. Oh Mann. Was hab ich denn für Beine? Ich muss mal gucken, ob der Stream überhaupt noch da ist. So. Passt. Okay, ich wurde noch nicht... Ich wurde noch nicht aus... Von YouTube entfernt. Ja. Was kommt dann später? Äh, nein. Weg damit. Hä? Warum hab ich denn wieder kein Oberteil, Mann? Also meine Jacke. Oh, jetzt hat er die schon wieder umgestellt. Kennst du das, wenn er einfach so die Jacke umstellt? Nee. Nee. Kennst du nicht? Schade. Okay. Gesicht. Ah, hier kann man ja alles wieder machen. Oder war ich denn? Du hast doch gerade schon... Nein, ich muss die Beine, die Beine. Weißt du, die Beine haben. Nein, du musst gar nichts. Doch, die Beine. Hör auf jetzt da. Ich hab ganz komische Beine, hab ich. Aber warum denn? Du hast doch gerade schon deinen Boss eingestellt. Ich weiß doch nicht, warum das so ist, aber die Beine sind so ganz seltsam. So, wo ist meine Stimme eigentlich? Hast du die schon mal geguckt, die Stimme? Nee, oder? Nein. Warum nicht? Da ist die Stimme. Das ist egal, ey. Okay, gut. Fertig. Willst du überspringen? Nee, geht doch schon los. Okay, wenn er überspringen will. Der erste verpübte Tag. Zumindest zu dem Punkt, wo wir quasi zocken können, ne? Ach so, okay. Oh, er optimiert noch Shader, 88%. Bei mir auch, bei mir auch 88%. Spielst du mein Spiel? Ja. Du guckst meinen Stream. Und da tust du so, als ob du spielst. Ach so machst du das. Du klingst dich in meine Sitzung ein. Ach so, und... 92%. Ich könnte jetzt auf jetzt spielen klicken, oder soll man warten, bis die optimiert? Das ist ja schon 93%. 94%, 95%. Ich sag ja, du spielst mein Spiel. Du hast genauso viel. 97%, 98%. 99%, 100%. So. Geil. Steig in dein Auto. Fährst du? Ja, klar. Ich bin ja der, der fahren kann. Hast du jetzt gesagt, du bist der, der fahren kann? Ja, ja. Ihr werdet ja, ihr werdet die Beweise ja sehen. So. Das Spiel ist extra leise, damit man unsere... Bleib mal stehen, bleib mal stehen. Ich hab aus Versehen die falsche Taste gedrückt. Aus Versehen, ja. Ist klar. Ja, ich wollte mal gucken, was... Ey, warte mal. Bleib mal stehen. Bleib doch mal, bitte. Hä? Bleib doch mal stehen hier. Hä? Weißt du, was ich hier noch mache? Ich hab nur... Ich hab nur die Linkstaste und die Leertaste drück ich gerade. Okay, kannst du... Hä? Können wir uns darauf einigen, dass wir jetzt zum Ziel fahren? Ich drück wirklich nur die Leertaste nach links. Was ist das? Wir hören heute nix mehr. Weil sehr verehrten Damen und Herren... Guck doch mal, ich darf das schon seit 30 Sekunden. Ja, dann hör doch auf damit, bitte. Nee, das ist... Guck mal, ich krieg jetzt den gleichen Boot raus. Hä? Alles gar kein Problem, alles gefixt hier. Warte mal, ich drifte eine Minute, kleinen Moment. Oh, geht nicht mehr. Ich hab ge... So. Guck mal, wie das läuft hier. Ja, ich seh's. Heya, it's Kev. Good news. I talked to my supplier at the club. She said if I DJ for her next Tuesday, she'll hook up my friend at the hardware store. Who in exchange will fix the bathroom plumbing for us. Finally, we can stop waiting for the landlord to get off his ass. Also, I'm making brunch to celebrate your first day on the job. Ja, und jetzt? Jetzt schwimmen wir bis nach Hause. Ey, wir müssen noch zwei Kilometer. Ey, das ist ein anderes Auto. Nehmen wir das doch. Ich kann doch nicht ahnen, dass hier Wasser ist. Da liegt eine Leiche. Da liegt eine Leiche. Guck mal. Wie das denn? Hast du die überfahren oder was? Nein. Wie du warst das? Ich bin doch gar nicht gefahren. Ich schwimm noch. So, was ist jetzt? Kommst du jetzt? Na, hol mich mal ab hier drüben. Wo bist denn du? Ich schwimm ans Ufer. Ans andere. Oh. Ich hab quasi das Auto... Na, es geht wieder. Ach, hast du das auch kaputt gemacht oder was? Nein. Wie komm ich denn jetzt zum anderen Ufer? Gar nicht. Da komm ich gar nicht hin. Na klar kommst du da hin. Ich bin da auch rübergekommen. So, wo bist denn du? Ich seh dich nicht. Aber ich seh dich. Ah, da oben. Warte. Komm. Da hinten. Da ist er, der kleine Mann. So. Ey, warum hast du mich angefahren hier? Hab ich gar nicht. Doch, hast du. Hab's genau gesehen. Hä? Warum schmeißt du mich raus? Hä? Hab ich doch gar nicht. Doch. Du hast die fast Taste gedrückt. Du hast die fast Taste gedrückt. Komm jetzt mal hin. Hallo. Ach, jetzt überfährt er mich auch noch. Weißt du, das war eine gute Idee, da vorne anzupan, da hätten wir auch weiterspielen können. Ja, ja, doch. Achso, ja. Das passt schon. Das sind nur Details. Oh. Sag mal. Ne, ich wollte eigentlich was anderes machen. Hat nicht geklappt. Ja, ja. Der Handy klingelt. Hey, wo sind wir jetzt? Ich bin über die Quiche aus dem Oven und es wird nicht so nahe so kalt sein. Geh deinen Schein nach Hause, bevor wir alle die Magmosas trinken. Be gleich da. Wo ist denn jetzt? Keine Ahnung. Hast du es abstürzen lassen? Ah, Gott sei Dank, Ellie. Oh, everything smells amazing, Kev. You know what would make it smell even better? Hey man, if you want a 300 dollar waffle maker, you can buy with the exposure of the items. Können wir das überspringen gerne? What is better, to chip in? I've told you before, the idols are trying to build the most capitalists' side of the most capitalists' side of the money is not a concept. Yeah? Then why don't you go right... Wir sind das kennbar. So. Jetzt geht's ab. Jetzt sind wir. Yeah, jetzt sind wir wieder Instagame, sind wir. So, irgendwie hier mit dem Typen sprechen? Aua. Hast du geschossen? Nein, hab ich nicht. Wir müssen irgendein Auto klauen, da. In das Gelbe. Was hat sie gesagt? Okay, dann. Kommst du mit? Ich muss das nehmen, ja. Was? Nein, 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 nein. Oh. Er hat eher seine Kisten verloren. Meine Frisur guckt aus dem Auto raus. Hey. Keine Fehler mehr im Game. Nee, keine da. Okay, gut. Wo bist du jetzt vor mir? Oh. Wo bist du jetzt hinter mir? Warum kann ich nicht fahren? Tja. Hä? Ich hänge hier an einer virtuellen Wand. Oder ist mein Auto Schrott? Was ist denn dein Auto Schrott? Ah, jetzt geht's wieder. Das Game ist irre. Be your own boss. Das ist richtig. Be your own boss. Now, life. Am I right? Life is... Be your own boss. Das ist richtig. Be your own boss. One of these days, I'm gonna get you to listen to music in the car. Roger McGillicuddy speaks the music of my soul. You are a different kind of cat, Eli. What can I say? The world is full of uninteresting people, and I'm not gonna be one of them. You got one of those for me? You really want one after last time? I am not the first person to accidentally shoot a friend by dropping a loaded... Yeah, okay, I don't need a gun. Ah. Good call. Shut up. Alle Wände in dem Spiel sind virtuell. Ja, aber ich meinte eine künstliche Wand. Also ist ja auch egal, lass mich doch auf die Ruhe. Ja, eben eine künstliche Wand. Ist ja auch richtig. Ich brauche da alle Brille. Das ist ja Milchglas hier. Sieht man ja in meinen zärtigen Augen nicht. Ah, shit. Walk away or the phrase dead in general. Job gets literal. Ah! I don't have much... We don't want your money. Just his. Get out of here. You done fucked up. I've been getting at a lot lately. Where's the safe? If you're lucky... Yeah, what's the safe? ...Kob will get to you before my people... Nice left. Been practicing. I can tell. Post. Safe's back here. This guy had his password be a bunch of fives. Pick it up, Eli. I'm just saying. You're gonna have a beast mate. 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 So, jetzt aber schnell nach Hause. So, welches Auto nehmen wir? Das andere. Try to keep up this time. Yeah, yeah. See you at the switch. Tio! Aber physikalisch ist das immer topnotch, ne? Topnotch. Also, das ist auf jeden Fall 100% korrekt. Ja. Physikalisch. Ja. Ne? Mhm. Also, was auf jeden Fall sehr nervig sind, diese ständigen Ladezeichen. Deine Motorhaube ist kaputt. Ja, macht doch nix. Aua. Mein Auto ist kaputt. Oh, ich hab Polizisten angerammt. Wo fährt denn das so scheiße, das Auto? Ja, weil die Physik korrekt ist. Ach so. Im echten Leben auch so. Oh. Stehst du auch vor der Bahn, oder? Ich bin, äh, wollte unter dem, äh, Zug durchfahren. Ja. Wollte ich auch. Hat nicht geklappt. Nicht. Oh, hier bin ich ja sicher. Cool. Ähm. Whee. Keine Ahnung, was der F-Fuchs da macht. Äh, ich bin aus dem Auto gefallen. So, seitlich rammt, okay. Kriegen wir hin. Ach, wenn man seitlich rammt in der Kurve, kann man besser durch die Kurve fahren. Cool. Das war so geil, dass meine Friesen nur aus dem Auto rausguckt, oben. Ja, kannst mal sehen, was du für einen harten Kopf hast. Wie bist du denn? Warum bist du da hinten? Ich fahr zum Ziel. Ja, aber warum bist du da schon? Keine Ahnung, weil ich, ich fahr gerade aus. Oh, da ist mein Wechselauto. Ey, ich bin Level aufgestiegen. Cool. Neue Stufe. Super. Danke. Später. Ja, später. Danke. Fähigkeiten öffnen. Hä? So. Was kann ich denn hier für Fähigkeiten? Au, schnapp dir einen Gegner und steck ihm eine Granate in die Hose. Haha. Ja. Nehme ich. So, ich steck dir jetzt erstmal eine Granate in deine Hose. Komm her. Hui. Ich hab da gar nichts gemacht. So, auch hier am Schuben, oder? Ja, ja. Die Frage ist bloß, wie kann ich eine Granate in die Hose packen? Du musst erst die Fähigkeit ausrüsten. Hab ich ja nicht. Du hast ja gleich angefangen hier. Ja, entschuldige bitte. Müsste immer, fängt er gleich sofort an. So, erstmal die Fähigkeit ausrüsten. Juhu. So, Fähigkeit ausgerüstet. So, wie macht man das jetzt? Nimm eine Motorkrossmaschine. Oh, ja. Toll, jetzt hab ich die Fähigkeit ausgewählt und jetzt geht's schon wieder los hier. So. Tschüss. Auch geil, dass sie einfach mit der Knarre fährt, anstatt beide Hände am Lenker zu haben. Warum sollte sie? Naja, whatever. Yes! Das so für ein Motorkross-Bike hat auch einfach keinen Sound. Einfach nur, brrrr, wie so ein Rasenmäher. Das ist ein Rasenmäher. Ja. Bist du auch durch den Friedhof gefahren? Ja. Oh, die Polizei kommt. Warte mal. Hui. Wo bist du denn da hinten? Wo ist hier ein Auto kaputt? Oh. Toiletten. Oh, voll die Scheiße. Das ist doch nicht dein Ernst. Ey, du hast mich gekillt hier. Was? Ich hab gar nichts gemacht. Was ist denn los mit dir? Wie soll das gehen? Ich hab nichts gemacht. Du hast mich vom Motorrad runtergelassen. Doch hast du. Wie denn? Ich bin doch bloß gefahren. Nein. Oh, oh. Hä? Seit wann gibt's denn hier ein... Hä? Jetzt gibt's Lack. Spring. Warte. Down on the ground. Wow. Jawohl. Das hat einfach keinen Sinn. Guck mal, das sieht aus wie... wie eine Couch, hast du? Ich sagte, ich wollte es nicht für Renten. Ich riske nichts für dich, Dummies. Ich brauche unbedingt andere Brille. Mit deiner Brille. Du hast erst mal zehn Minuten gebraucht, um deine Beine einzustellen. Dann hab's du nicht gefunden. Die Miete verdient, sehr gut. Na guck mal, wir haben schon mal die ersten beiden Missionen erledigt. Wow. Von wie viel tausend? Wir waren ja schon richtig weit. Fast am Ende waren wir ja. Nee. Doch. Wir waren am Anfang. Am Anfang vom Ende waren wir. Wir haben 90% der Zeit mit Bugs uns herumgeschlagen. Am Ende, ja. So, Garage. So, das müssen wir jetzt machen. Die Garage öffnen. Jetzt müssen wir erst mal Geld verdienen, ne? Nee. Inhalt freigeschaltet. Ja, das Hasen. Okay, cool. Neuer Bezirk. Oh. Was hättest du? Streich spielen. Ach, das. Okay. So, wo bist du jetzt da los? Was? Ziel, Auftrag. Hauptstory. So, mach mal. Ey. Was denn? Was machst du denn da? Ich suche jetzt Hauptstory aus. Hä? Äh, ich bin verwirrt. Warte. Wo willst du denn jetzt hin? Ich mach jetzt die Hauptstory. Warum? Weil du gesagt hast, lass die Hauptstory machen. Und wo ist die? Äh. Ich hab nicht mal eine Karte für eine Hauptstory hier. Hauptstory. Ich wähl jetzt hier einfach eine Mission aus, okay? Mach doch mal. So, ist aktiviert. Okay. Geile Karre. Hä? Hä? I'll be right there. Pfff. Hahaha. Was liegst du da so komisch? Was soll denn das? Und jetzt krieg ich meine Karre nicht mehr. So, jetzt hol ich mir erstmal eine neue Karre. Ach, Schicki. Was ist denn? Jetzt krieg ich meine Karre nicht mehr. Oh. Da krieg ich doch nichts für. Guck, ich hab uns ein neues Auto geholt. Hier. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Komm mit. Wo denn? Hier hinter dir. Ja, ich komm doch. Komm, folg auf meinen Fuß. Nimm mich doch mal mit hier. Jetzt wird mein Auto verbeult von deinem Körper. Was? Kannst du mal sehen. Hättest du dich mal ins mit Dach nehmen können? Warum? Also brauchen wir jetzt winken. Seit wann brauchen wir ein Dach auf unserem Auto? Ist doch wichtig, dass es vier Räder hat, oder? Aber da hätte ich mit Big Street fliegen können. Also die Steuerung im Auto ist immer auch Quatsch. Die Steuerung, Autosteuerung ist beschissen. Ja, schießen aus dem Auto raus ist doof. Das ist auch doof. Also steuern und... Ui, ui, beschießen ist doof. Fahr doch mal einfach querfeldein. Das geht. Ja, ich wollte mich eigentlich so ein bisschen an die Regeln halten. Welche Regeln? Ja, die hier gelten. Also... Wo denn? Hast du irgendwie schon mal irgendwie so ein Gesetzesbuch gesehen oder so? Straßenverkehrsordnung. Ich sehe nicht mal Schilder hier. Guck mal, Abkürzung gefunden. Siehst du, das geht nur, wenn man durchfährt. Offroad. Hä? 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 Ha 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 ha. Alles gefixt. Total kein Problem hier. Besser bleibt dann auch du stehen und du fliegst erst mal weiter. Wie ist das? Wo ist jeder? Ich muss jeder. Ich war nicht jeder. Ich wollte nur du. Weil ich nur der einzige, der kann ihn fertig sein. Ich bin sicher, komm mit. Sergio, okay? Ist man auch mit Panteros? Ich meine, meine Helfer ist ein von ihnen. Also, ja. Oh, nicht da mir das ansehen. Rent ist lebih hoch. Ist das ein Problem? Ich bin, per die Helferurteilung, ich werde das Geld für zwei Wochenende geben. Aber darin Jahrhüter, ich habe ich Goldein. Was sind die Verkaufel? Antiquekunство, am besten. Okay. Follow me. Ich will die Brille haben, die sie hat. Ich will ihre Brille haben. Was hast du mit deiner Brille? Ich will auch mal stylisch aussehen. Du siehst mich ja nicht. Doch. Wo denn? Oft genug. So, wer fährt jetzt? Du? Ja. Du hast ja eben das Steuer in der Hand gehabt. Hey, ich fahr nicht. Ich glaube wir fahren unabhängig. Nein. Wurzeln ist, um den Konvoi zu sehen. Die Konvoi zu sehen. Ich habe das Konvoi zu sehen. Ich habe gehört von dir. Ich bin ein Maverick selbst. Zwei verrückte Schmerzen wie uns. Wir werden es nicht zusammenbauen. Nein. Meine Freunde sind auf mich, um meine Leistung zu bekommen. Ich kann mich nicht verraten. Wir sind nicht verraten. Wir sehen und verraten. G-Gee. Nice! Schön auf die Reifen zielen. Nee, immer ins Gesicht. Ach so, okay. Ich kann das Ding abschießen. Ich geh aufs Dach. Ich bin drüben. Ja, zeitgleich. So. So. Warum komm ich denn nicht drüber? Ich glaube, das geht nicht. Warum nicht? Hä? Holy moly. Wenn ich den Turret nehme, doch. Fahrer ausschalten. Damn. Warum kann ich hier nicht... Ah, jetzt. Ich kann nicht springen aufs Auto. Ach da. Ich bin auf Auto gesprungen. Okay. Ich geh auf Auto. Gehst du auch auf Auto? Über Auto. Huch, was ist das? Uh. Ach so, das ist Schiki wahrscheinlich. Ach so, das ist Schiki. Da bin ich. Oh, hinter dir. Warum? Ich bin drehenköpfiger. Hä? Es explodiert und die fallen nicht um. Das ist ein vollkommen realistisches Spiel. Warum sind wir wieder auf so ein Auto? Das war da gar nicht da eben. Oh, oh. Wow. Eine Dröhne. Hallo, mein Name ist Dröhne. Mr. Dröhne. Zieh auf die Reifen. Don't fall back. Motherfuck. You try to lose him? I'll keep him off our asses. Will bestimmt klappen. Ja, das klappt. Schau mal, gleich ist er platt. Schön auf die Reifen zielen. Can it run on crisis? Oh, oh. Gleich haben wir ihn. Der schwächelt schon. He's coming again. Push him back. Nobody steals your fucking asses. Er brinnt. Ja, das ist voll am Flamme vor uns. Ja, das kommt. Jetzt. Wolski. Gleich haben wir ihn. Jetzt. Ja, lol. Wir schießen jetzt. Keine Ahnung, wer schießt denn da? Warum schießt du auf mich? Ich hab gar nicht geschossen. Das war die da vorne. Hör auf jetzt. Ich mach doch gar nichts. Ich zieh da drüben hin. Hör auf. Hör auf, schieß mir auf mein Auto. Oh. Sama. Hör auf, schieß mir. Oh. Oh. Bam, Brody. Bam. Rechts von dir. Rechts links. Das andere rechts. Wir sind das Problem. Wir sehen nichts. Ich will nicht mehr ein Maverick sein. Komm oooon. Eiße, kommt noch ein vor. Und drüber. Wir sind Grunsspringen. Geil, gleichzeitig rollesprungen. Jawohl, Mann. Was, es sind zwei, nicht nur einer. Rauf aufs Dach. Hey, Mr. T war das. Das ist der T-Rex. Oh. Oh. Oops. Das war ich nicht. Ich bin ja für vieles verantwortlich. Oh, ich bin runtergefallen. So, tot ist er. Den habe ich sowas von weg gemäht. Warum? Über ihn rollt immer noch ein Motorrad drüber. Cool. Alles gefixt hier. Das war's dann, mein Freund. Hey, Gwen. Ich folgte das Konvoy. Es, uh, es stoppelt. Du hast gut gemacht. Holy shit, ein Kompliment. Ja, ja. Bleib hier. Neubi! Get over here! Now! Gwen says you were responsible for retrieving the Hummingbird Codex. If that was something in the truck, then yes. Impressive work. I wouldn't have been able to do it without JR, sir. Teamplayer. I like that. There's someone I'd like you to meet. This is Dr. Antonio Espina. He's the chief curator for the museum of Santo Aliso. It's nice to meet you, sir. The retrieval of these relics is no small feat. The museum is in Marshall's debt. Just doing my job, sir. Antonios Museum has a contract with Marshall. And he requested you to be in charge of security. What? Das ist doch die Mission, die wir achtmal neu gemacht haben. Ja. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. It sounds like someone wants to talk themselves out of a promotion. No, no, I want the job. I'm just surprised. Things change fast here at Marshall. So, can Antonio and I count on you or not? Ist das richtig, dass der ins Stream ruckelt? Der ruckelt nicht. Der ruckelt definitiv nicht. Okay. Ich hab ja Kontrollbildschirm hier. Dann? Der ruckelt nix. Das ist ein ruckelfreier Stream. Also es gibt zwar heiße Streams, so wie, äh, 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 aber an einem Abend hat Gable ganz schön meinen Rechner schwitzen lassen. So, Smartphone auf. Aufträge. Sie haben recht. Nee. So, du machst ja die Quest an, ne? Hab ich. Achso, da steht, du bist gerade beschäftigt. Ja, kleinen Moment. Dauert das noch, währenddessen du da... Nein, das ist, ähm, ich bin gleich fertig. Hä? Wie ist das da, ne? Nee, nee, nee. Ich mach hier nicht wieder, äh, mein Girl hier nackig. Ansonsten, äh... Wieso nicht? Nee, nee. Kann ich das eigentlich ausschalten, dass die hier nackt angezeigt wird? Ja, kannst du. Ähm, Nippelanzeigen aus. Oh, yeah. Jetzt tut mir natürlich leid, dass ihr jetzt, äh... Jetzt sind sie alle, jetzt gehen sie alle. Jetzt sind sie alle raus. Jetzt sind sie alle raus. Jetzt sind sie alle raus. Jetzt sind sie mal aus dem Bearbeitungsmodus da raus. Danke. Kannst du mal aufhören zu meckern die ganze Zeit? Ja. Danke, äh, so, meine Freunde. Jetzt können wir hier geile Helme aufziehen, ohne dass ihr Nippel seht. Oh, ich muss hier erst mal eine Brille aufziehen. Süß. Alter, es gibt ja so viele Anziehsachen, das gibt's doch gar nicht. Ich könnte auch nackt rumlaufen. Krass. Ach doch. Was hab ich denn jetzt an? Eben so ein komisches Hemd, ne? Jacken? Wer braucht denn Jacken? Ich könnte einen Rucksack aufziehen. Cool. Unterwäsche. Oh, ja. Aber wenigstens ist jetzt alles zensiert, das heißt, äh... Oha, guck mal, ich könnte mit einem Bikini rumlaufen. Oh, sehr gut. Können wir das machen. Wingsuit können wir auch ändern. Extrem lila. Geil. Ich glaube, ich habe einen Wingsuit. Suit. Suit. Wieso hat sie jetzt ne Jacke an? Weil du dich ausgewählt hast. So. Achso, jetzt nicht. So, Unterkörper, Unterwäsche. Unter, Unterwäsche. Bikini, Tanga. Retro-Pants. Witzig. Unterteile. Badehose, Flamingo. Cargo-Einsatz. Ach du heilige. Okay. So, was machen wir jetzt mit den Füßen? Haben wir Socken an? Ja. Und Schuhe. Schuhe braucht jeder, ne? Ey, nimm doch die Watschelatschen. Ne, ich nehme hier die Dockstiefel, die sind geil. Okay. So, ich mache mal, wir sind ja hier in Santa Monica oder whatever. Alles klar bei euch, fragt der Chino, yo, wir spielen wieder Saints Row. Also, ist ja immer alles gut. Bei dir auch. So. Ich und die Jungs daheim, wir schießen immer so. Ich habe Auto klar gemacht. Ich dachte, schau mal rein, wo ich doch gerade da bin. Mach mal Auto. Ja, ich such doch schon Auto. Mach mal, machst du mal Auto? Ich habe gerade im Sterben den Schwan gespielt. Au. Ich habe Auto. Hier, fahr du mal. Hier, fahr du mal. Hier, fahr du mal. Fahr du mal. Hier, fahr du mal. Ne, fahr du mal. Fährst du mal? Das geht nicht. Schreck mal aus. Hey, sag mal. So. Fährst du mal? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, der schießt auf mich. So, kannst du jetzt bitte mal fahren? Hallo. Okay. Ich sitze doch mit Beifahrermann. Ja, okay, dann fahr ich. So, tschüss. Hey. Wo kommt das Ding her? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin gleich im Wasser. Oh Gott, ich bin gleich im Wasser. Oh Gott, sehr lange nicht. Puh. So, das ist Raytracing, meine sehr verehrten Damen und Herren. So, mal gucken, wo ich überhaupt komme. Genau, schick mir einfach eine Nachricht über Discord. Kannst du ja nie hinterlassen. Ja, ich rede ja mit dem Geno. Ach so. Ich mag sie eigentlich. Nein, ich mag sie nicht. Ich mag sie überhaupt nicht. So, ich suche erst mal ein Auto. Ja, ich habe dich ja gebeten, in meinen Einzelstand. Ja, du bist ja einfach losgefahren. Ich konnte ja noch nicht mal aussteigen. Ich bin nicht einfach losgefahren. Doch, ich konnte ja nicht mal aussteigen. Ich habe dich mehrfach gebeten, zu fahren. Ja, ich konnte nicht mal aussteigen. Du wolltest nicht. Du hast eigentlich verweigert. Ich habe mich nicht verweigert. Doch. Nein. Ja, doch. Nee. Oh. Ja. Du musst der Realität auch mal ins Gesicht gucken. Ich glaube, ich habe meine Ausfahrt verpasst. Ich bin noch nicht mal auf der Einfahrt. So. Nein, er meint es doch. Firefox schreibt Schiki lieber. Hä? Das verstehe ich nicht, diesen Satz. Aber okay. So, jetzt. Mein Auto ist, glaube ich, schon Schrott. Du kannst, glaube ich, gleich überspringen. Deine, whatever du da tust. Äh, ja. Hä? Seit wann geht das denn? Ah, siehst du? Die haben alles gefixt. Alle Probleme sind weg. Ja. Ja. Hä? Wie hast du denn hier geparkt? Ja, ich habe gut geparkt. So, was müssen wir jetzt hier machen? Ah, die Mission ist das. Ich erinnere mich. Hey, JR, what's up? Well, after that little clusterfuck we had with the Panteros, you know, when my life was flashing before my eyes, follow me, everything is all right. Oh, wo ist denn deine Brille hin? Das ist total ungewöhnlich, um dich ohne Brille zu sehen. Ja, ja, ich fühle ich das, Cino. Ja, guck mal, wir müssen weiter. Könntest du jetzt bitte fahren? Ja, ich fahre. Warum fährst du, wenn ich fahren soll? Warum bist du nackt? Ja, wegen dir. Ich fahr doch gar nicht. Entschuldigung, ich bin im Mülltonne, guck mal. Geil. So, und los. Der ist halt nur gerade ein Boss. Oh, das schneit. Kürzungen. Jetzt kann ich wieder gucken. Oh ja, oh ja, die Mission. Ich erinnere mich auch an die. Oh. Ach so, du bist da reingefahren. Hättest du nicht machen dürfen. Du hast das Spiel gekillt. Egal, ob du mal Checkpoint war hier. Da siehst du mir dran. Was hab ich denn für Tattoo-Verrückten? Jetzt muss ich hier als Mülltonne die Party erkunden, oder was? Was müssen wir denn jetzt hier machen? Schlangenmaske. Ach, hier ist die Schlangenmaske. Ich kann ja auch nichts machen. Oder bei punchin' everybody in the neck, till they choke. But hey, you do you. The idols are a big tent. You like heists? Talk to Martin. He's headbanging around somewhere. Wir müssen uns doch einigen, dass wir diese dummen Sachen nicht mehr machen. Was denn? Ich schwebe hier als blöde Mülltonne und kann... Also... Wo ist der Headbanger? Hast du einen Headbanger gefunden? Da ist der Headbanger. Hab'n gefunden. Bist du mal ein Mülltonner? Ja... Ja... Die auch, Cino! Mind blown. But if you like meat space theft, talk to Timmy O. Ich würde mich gerne wieder zurück verwandeln, das wär echt super. Mach doch mal. Das geht ja erst, wenn ich hier drei, äh... Dreimal ein Auto... Timmy O. Ich stehe hier. Beziele knapp verfehlt mit einem Fahrzeug und das muss ich dreimal machen. Dann verwandle ich mich nicht zurück. Ganz toll, Fire Fox. Na komm, wir sind gleich durch. Kannst du dich jetzt eigentlich umstylen? Das ist auch ein Archiv mit das Spiel als Mülltonne beenden. Echt? Nein. Was machst du hier? Ich habe gehört, du hast einige Fahrzeugehörungen, die ich hohe, um zurückzuholen. F***! Die sind zu einem der kleinen Leute, die du für dich kämpfst. Es gibt keine kleinen Leute. Es sind nur Ideen und Tools des Systemes. Geht mit mir aus! Mach' den Blatt! Holy shit! Was muss man denn nochmal bei dem Typen da machen? Der Beste dieser Gruppe. Ah! 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 Machst du nicht die Mülltonne? Ich muss doch hier das Ding mitnehmen, oder nicht? Ja, ja, du musst den Container mitnehmen. Boah, ich habe ein Gefühl, das wird richtig gut funktionieren. Schneller! Schneller! Sie sind noch hinter uns! Schneller! Sie sind noch hinter uns! Schneller! Ist nicht ganz so einfach mit einem Container hinten dran. Ach, du komm, nicht jammern, fahren! Ich jammer doch gar nicht. Doch! Ich höre immer nur, müh, 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 müh. Los, komm! Jetzt haben sie aber Megamarkierungen gemacht, dass man noch ja wirklich richtig fährt, wa? Mhm. Guck mal, hier selbst mit dieser Borde hier an der Seite. Ich glaube, die war vorher nicht. Doch. Okay, jetzt müssen wir hier die restlichen killen. Ich bin immer noch eine Mülltonne. Immer noch? Okay. Das war auch eine Mission, die einen Fehler hatte. Da muss, äh, weil das erste Mal kam die nämlich nicht. So. Ich würde mich gerne bitte wieder zurück verwandeln, das wäre echt super. Ist immer noch eine Tonne, oder was? Ja. Ich bin eine Mülltonne. Oh, oh. Jetzt geht's los. Puh. So, ich mach's da alle platt, wa? Alle. Alle. Kriegen wir denn einen Schlupfen? Hä? Du als Tonne hier. Willst du uns nicht mal so abschalten? Ich kann nicht. Warum nicht? Du willst nicht, sag's doch. Voll schon tot. Du bist tot. So, wo sind die anderen? Oder war's das? Das war's. Kann ich jetzt bitte wieder keine Mülltonne sein? Ne. Du musst jetzt für immer eine Mülltonne sein. Hier ist es. Der Weltpremierer Grand Opening at Jim Robb's Garage. Der Service Center hat all die Tools, die du brauchst, um deine Fahrzeuge zu kustomisieren. Und wenn du dein Auto da draußen sehen, mit etwas, was du möchtest, bring es in. Now that we're in business, let's talk shop. Ich kann dir jetzt eine Bargeld transferieren, wenn du willst. Ach, Mann. Warum bist du denn Tonne? Ich möchte bitte wieder keine Tonne sein. Kann ich jetzt mit dem geladern? Ne, dann müssen wir jetzt nochmal Auto fahren. Ne, du musst Auto fahren, damit du das Achievement bekommst. Verstehst du? Komm los. Okay. Das wäre echt schön. Ach, Mann. Was will ich jetzt hier unterbrochen? So, jetzt brauchen wir ein Auto. Hier ist ein Motorrad. Das geht doch auch, oder? Boah, danke für nix. Jetzt musst du einfach nur ganz haarscharf an Autos vorbeifahren. Knapp verfehlt. Du bist mitten rein gerade. So, hab ich es jetzt hier. Du bist immer noch eine Tonne. Hier, jetzt stehen sie alle hier. Einfach vorbeifahren. Wut, wut, wut. Wieder eins verfehlt. Zwei verfehlt. Guck mal hier. Wuh! Muss ich das ganz schnell hintereinander machen? Weiß ich nicht. Was sagst du denn das Ding, was du machen sollst? Ne, da zählt es in Gänze. Dein Streich ist nach hinten losgegangen. Och, Mann. Ich will hier keinen Streich spielen. Du hast aber gerade... Hast du gerade einen Streich gespielt? Ich habe es ja nicht extra gemacht. Ach so. Ich wollte mich zurückverwandeln. Du wolltest mir so einen Streich spielen. Mhm. Wirklich nicht. Warum kann ich mich hier... Ich bin drei Autos vorbeigefahren hier. Das geht doch total easy. Ich bin jetzt schon auf den Sack hier. Fahr doch einfach an den Autos vorbei. Ganz dichte. Aber jetzt steht das hier nicht mehr, dass ich das machen muss. Ich google das jetzt. Ich habe da keinen Bock drauf. Ehrlich. Saints Row. Saints Row. Reich. Loswerden. Toll. Geh ich hier nirgends wo. Geil. Du musst jetzt für immer so eine dumme Teufel. Nein, du musst einfach nur vorbeifahren. Nimm das Motorrad und fahr an drei Autos. Nein, das steht hier jetzt nicht mehr. Mach doch einfach mal. Mach doch einfach mal. Ich schüsse dich. Es steht hier nicht mehr. Fahr doch einfach mal da drauf. Bruder. Und fahr ganz dicht an drei Autos vorbei. Es steht gar nichts mehr. Eins. Zwei, drei, vier. Ja, ich habe jetzt 800 Autos. Ich bin jetzt vorbei. Na siehste. Fünf Autos. Na siehste. Ich bin immer noch eine Tonne. Ja, hat er dir gesagt, dass du drei passiert hast? Nee. 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 Fünf. Er hat mir gesagt fünf. Na siehste. Ja, hat absolut nichts gebracht. Warum nicht? Wie machst du denn da? Aber guck mal, so bist du sehr unanfällig. Och, wie geht es denn bitte, dass ich mich zurück verwandle? Kann man das irgendwo deaktivieren mit diesen Streichen? Ja, kann man deaktivieren. Option. Äh, Option, Gameplay. Hm. Koop. Koop-Streiche aus. Ja, siehste. Ist das jetzt? Ja, ich bin aber immer noch ein... Ja, da müssen wir die nächste Quest machen. Dann setze ich das zurück. Bestimmt. Weißt du doch gar nicht. Bestimmt. So. Motor. Ach so. Achso, wer ist mit dem Moffat? Okay. Ich kann sie voll schieben, ey. Bist du schon unterwegs? Ja, ich bin schon unterwegs. Wo bist du? Bist du auch schon unterwegs, oder? Hm. Bin ja schon da. Okay. Ich komme. Lament, Adalantana. Bin gleich bei dir. Tiki hat schon gute Laune. Das liegt aber nicht an mir. Doch, das lag an dir, weil du nicht krass gespielt hast. Nein, das ist doch gar nicht wahr. Du hast ein bisschen Geldregen gehabt, ja. Ja, eben. Das ist auch wirklich total schlimm. Ja. Total schlimm, für fünf Sekunden Geldregen zu haben. Weißt du, und ich habe nur eine Tonne aus dir gemacht. Und schon bist du sackig. Ja. Ist so. Ja, weil das ernsthafte Nachteile für mich hat. Welche denn? Du bist Metallmann. Du bist jetzt gebranntmarkt als Mülltonne. Du bist jetzt Metallmann, Frau. Du bist jetzt Metallmann, Frau. Metallmann, Frau. Wie ist die Serie damals noch mal? Der 10 Millionen Dollar Mann war so? Nee, das ist der 6 Millionen Dollar Mann war das. Und da gab es doch Spin-Off-Serie, ne? Ja, das war die x-Milliarden-Dollar-Frau. Eine Milliarde oder 10 Milliarden Dollar Frau, keine Ahnung. Hast du das auch immer geguckt, die Serie? Na klar habe ich das geguckt. Ding, 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 ding. Mit seinem bionischen Aure. Hm. Alles in Slow-Mo. Ding, 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 ding. Also wenn diese Mission jetzt ohne Fehler durchläuft, außer dass ich eine Mülltonne bin, dann fresse ich einen Besen. Wieso denn? Also virtuell natürlich. Warum? Weil es kann. Falls ihr euch fragt, warum ich eine Mülltonne bin, das liegt am Firefox. Was? Jetzt bin ich schon wieder schuld. Ich habe nichts gemacht. Überhaupt nichts. Siehst du, jetzt bist du schon keine mehr. Ja, danke schön. Das sage ich doch. Dann danke für nichts. Boah, ich will auch hier raus. Kann ich jetzt weiterlaufen, bitte? Ihr erinnert euch bestimmt an die Mission, denn die haben wir achtmal gespielt. 20. Mindestens. Das war sehr unlustig. So, dann gehen wir jetzt hier rechts und dann gehen wir an den Tisch und dann gehen wir an den anderen Tisch. Dann passieren hier Dinge. Oh, einmal Tiki-Taki hier. Zack. Machst du schon was, oder? Ich rede mit dem. Ich rede gar nicht. Mr. Marshall, how's your evening, sir? Fine, fine. Ist aber auch nur Smalltalk. Where's my Hummingbird-Kodex? That's what I like to hear. Have you met Myra Stark? She's on the Marshall Board of Directors. Er ist aber auch da so spielbacken, ne? Wieso denn? Ich mach doch gar nichts. Du hast jetzt alles runtergeworfen. So. Ich kann gar nichts nehmen, ja. Gleich geht's los. Handy klingelt. Checkpoint. Hey, Nina. I can't talk. I'm working security. That's why I'm calling. Los Panteros are about to try to take the Codex back. What? Are you sure? Yes, I'm driving getaway. I'd have called sooner, but I wasn't alone. Fuck. Win. Nina, get off your phone. We're going in. Shit. Damn. Ich hab gar keinen Ring gehabt. Ihr lügt was zusammen. Oha. Bring me the Codex. Everyone else? Stay the fuck out of my way. Ah, shitballs. We got a security breach. Panteros are in the Paleolithic exhibit. Panteros on level three. Increase the guard on the Codex. Where is my head of security? Right here, Mr. Marshal. Get this, I'm sorry. It's an embarrassment to the company. Yes, sir. Secure the Codex. I'll get Atticus out of here. Hey, I'm in charge here. You get Atticus out of here. I'll secure the Codex. Ah, ah. I'm gonna find you. Oh, I'm gonna find you. So, kam jetzt irgendwie der Cut, der nie funktioniert hat. Ja. Ja. Jetzt kamen die Anderen. Jetzt kommt Daft Punk. We will bring the gift of anarchy to Santo Ileso. We are the idols. Daft Punk. Fear us. Idols too? Thanks for the heads up, Kev. What happened to the roommate Codex? Yes. What a fine monument to greed you've built. The oppressors drink and laugh while the enslaved clean up their table straps. Your so-called society is a failed experiment. It's time to put it to an end. Time to wash it away. Time to make some noise. Make some noise. Get ready for a whole new world. With no pharaohs. A whole new world. No gods. No idols. But us. Let's go. Wo ist jetzt der Kordak? Da hinten. Kann ich den Motorrad fahren? Geil! Wo ist denn? Wo ist denn? Goddammit. The idols are here too. There's too many of them. We lost Perkins. We need backups. The idols are everywhere. Jesus Christ. These psychos keep coming. Jesus Christ. Mom was at the Codex. Anyone got eyes on it? The idols are in the Codex room. Oh, jetzt haben wir sie. Oh. Äh, bist du tot? Gut, JP. Tschüss. Ja, ist alles gefixt. Ich kann dir nicht helfen, Shiki. Ich häng fest. Ich häng fest. Ja, ich häng fest. Du müsstest die Motorräder mal kaputt machen hier. Ich komm nicht runter. Sie haben recht. Komm mal. Kann ich den einen Typen hier noch wegknallen? Ja. Oh, jetzt ist er gefahren. Hilf mir mal. Ich bin tot. Check. Motorbruchzeit, ey. Man, das hat gedauert. Aber wir haben es geschafft. Das ist der Teamwork. Da funktioniert das noch. Ja. Ah. Access granted. Emergency transport initiated. Hover systems reengaging. You'll regret that. Hover systems reengaging. Warum ist der nicht weg da, Rudolf? Der muss weg. Das ist doch noch einer gewesen. Ja, der ist weg. Aua, was? Boah, wir haben ihr Gesicht gesichert. Aua. Bin runtergefallen. Warum? Ja. Na, das ist noch keiner. Das ist noch eine Art Hover. Werden Sie sagen. Ich bin verabschiedet worden. Ich bin aus dem Codex. Wer hat jemand auf dem? Nächte. Ich habe nichts. Es ist nur Chaos hier. Hm. Verdammt. Die Tür ist gebrochen. Nehmen Sie etwas zu schrauben. Das Bit. Ja. Das Raum ist tot. Was geht los? Drei, zwei, eins, und rums. Nice. So muss das. And another one side is this. Dude, dude, dude. And another one side is this. And another one side is this. And another one side is this. So. Alle kommen doch gut voran hier. Ja, super. Ohne Bugs geht das auch, ne? Ja, alles gefixt hier. Anscheinend zumindest halbwegs gefixt. Ja, super. Komm mal. Scheiß auf die Kunstscherze hier. Läuft. Aber sowas schon läuft. So, scheiß auf die Kunstscherze hier. Boah, hier ist so viel Kohle, ey. Glauben, sie sind platt. Ui, ui. Mr. Mistar, mit Perken Wings. Check. Perken Wings. Das ist nur die erste Mal, die Leute sind glücklich. Ich habe es geschafft. Wie ist das passiert? Shit. Was ist passiert, Herr? Du. Herr, ich weiß, dass ich ein kleines Schmerzen habe, aber wir müssen die große Bildung sehen. Die Schmerzen wurde neutralisiert, Mistar ist sicher, und wie Sie sehen, die Codex ist sicher. Ein Schmerzen? Ja, es ist ein Schmerzen. Ein Schmerzen. Ich... Ich verstehe nicht. Ich verstehe nicht. Du hast Zeit mit ihr verbraucht. Die Idol haben den Codex und es mit einem Fake verbraucht. Herr, ich habe nicht verbraucht. Ich habe es nicht verbraucht. Ich habe... Du denkst, ich gebe eine Scheiße, wenn Maira Star lebt oder stirbt? Atticus. Du bist verbrauchtbar. Du bist verbrauchtbar. Das... war nicht. Was ist denn das eigentlich der Codex? Was ist das, Ina? Das ist der Heilige Codex. Das ist der Heilige Codex. Sehr kurios. Tja, was soll man jetzt sagen? Tja, woran hat sie liegen? Woran hat sie liegen, Jendor? Toll. Alle wussten es, nur wir nicht. Das Peter-Prinzip. Black Peter. Parker. Black Panther. Laden bis zum bitteren Ende. Bei dir hat es geklopft. Nee, bei dir. Bei dir? Bei dir. Nein, bei dir. Bei dir. Zu Vino, sag ich Nino. Well, I'm sorry about last night. I didn't hear about the museum until it was too late to warn you. The collective don't tell me shit. You should come to the idols party with Eli and I later. Open bar? No? Steht ihr jetzt mal auf hier? Das geht gar nicht, ich schlurfe. Das geht gar nicht, ich schlurfe. So, Kühlschrank auf, nix drin, nice, auch nix drin. Bei mir ist auch nix drin, oh doch, da ist ein Puffer drin. Eine Waffe. Oder so, ja. Wo ist der Sirup? Ne, ein Toaster, okay. Was? Stupid, refurbished Appliances. Wies. Dann ab auf die Couch, wa? Und um 9,99 Uhr, der Lungenpiercer. Das ist ein Puffer. Wir haben einen Puffer in Sano-Ali, der kennt ihre Stabbing-Implements. Wir holen uns das nächste Wettbewerb. Es war ein helles Tag hier in der Kutting Room, aber ich habe das beste für die letzte. Judas 3000. Wenn Brutus hatte einen von diesen Schmerz, er hätte nicht den Senat geholfen, um die Stabbing-Implements zu helfen. Ah. Hm. Hm. Wie viele Fische hast du bezartiert? Nicht genug. Hey, Sergio hat uns gebeten. Genau, er muss ziemlich leid sein. Ja, er hat sich eine Art, um die Parafege zu tun. Ja, ich mag heute auch die Parafege zu tun. Alle dort in dieser forfege wird wahrscheinlich werden. Das ist das, für einen Kevin Eli. Ja. We müssen fahren! Okay. White wine spritz? War da echt gerade der Untertitel hechtet über die Bar? Ja. Hat mich auch gewundert, den Rest fanden wir auch nicht. Da ist kein Untertitel. Oh oh. Der ist tot. Jim. Jaha du, whatever. So jetzt fahr ich schon wieder an. Come on, come on. Come on, come on. Dings. Dings. Well, Loku decided to get back to me. Sergio, you gotta call this off. My friends are in there. I'm the friend you should be worried about. You were taking Los Panteros to war just because you think Marshall and the idols and their... You're saying some shit you're gonna regret, Nina. Call it off or I quit. You ain't gonna quit. Try me now. He's calling. Kev's calling. Put it on speaker. Kev, you alright? I'm fine, but Eli... They fucking shot me! You're doing great, Eli. Stay cool. Where are you guys? Eli's behind the bar. I'm keeping them covered. Nina and I are on our way. Keep Eli alive. Oh, oh, oh. Was du denn da? Sorry, sorry. Alles gut, alles gut. Alles gut, alles gut. Oh! Halt. Warum? Ich muss auf die andere Seite, komm her. Okay. You're gonna be fine. I promise. Das ist Kap... Nee, nicht die andere Seite. Alter, ich bin doch nicht fertig. Das ist die falsche Seite. Was machst du da? Warte, ich... Ich wollte auf den Beifahrer einsteigen. Doch, ich bin doch nicht. Das ist jetzt drin. Hä? Warum sitzt doch ein Beifahrer jemand drinne? Das ist Teil der Story, was dich zugehört. Nee, warum... Klingklang... Klingklang machst du. Ja. Was? Du machst Klingklang, klang, 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 klang. Ja. Doch. Ich hab' gesagt, das ist Teil der Story. Klingklang, klang, 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 klang. Okay, gut. Boah. Müssten wir die alle killen? Ja. Wollen wir hier das Auto einsteigen? Nein, das ist ein Problem. Wollen wir die alle Orte haben. Ah, Mann, zuh! Ah, Mann! Ah, 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 ah! 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 warum ich will nicht vorstopfen der granate waren warum ich habe hier ich habe hier ich habe hier ich habe hier 1 Stunde 51 Minuten kein Game-Breaking-Bug. Nice. Das ist nicht mehr mein Saints Row. Oh, die Brille kaputt. Looks like you're gonna back the fuck off. No, 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 no. They're cool. They're with me. If they're with you, then you get to kill them. Hmm? Ist der Helm kaputt gegangen? Nee, irgendwie nicht, ne? Doch, ein bisschen. Der konnte nicht ziehen. What's she said? Was haben wir? Oh, dude. Warum? Das ist so ein komischer Effekt. Hast du den auch? So lila eben, ja. Wo ist er jetzt hin? Warum laufe ich hier eigentlich in so einer komischen Klamotte rum? Die hab ich aber nicht angezogen. Ach, dieses Spiel, ne? Deine Unterwäsche ist das. Nee. Ah ja, doch. Und wie geht's hier jetzt weiter? Ah, hier. Aua. Hast du das Auto? Da nimmst du den, oder was? Hä? Hier. Oh fuck, 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 fuck. Was ist denn hier los? Ja, Arno, ich nehm' ich das Auto hier, so. Ja, das kann ich nehmen. Äh. Hä? I don't get it. Was? Warum hast du ein Raketenwerfer? Wow. Das war meine Lieblingswaffe in GTA. Nee. Ich hab's. Ich hab's. Ja, ist das. I love it. Vor allem das Mega-Arsenal, der Mann. Ich weiß gar nicht, an welchem Teil von meinem Schlüpper ich so viel Munition habe Ist halt unendlich Ist ja auch ganz okay Also ich mein Stell dir mal vor, du bist nur 10 Schuss Wär auch dämlich Wow Nice Achtung, da kommen wieder welche Abgeschutet Das Fliege kann nicht Spaß machen, man Was denn? Kommt da was an der anderen Seite? Oh Scheiße Alter, war das Kaffee Du schafft Ja, und dann was? Die Idols and Panteras I am the walking murder party Yeah Oha Oha Neen is down Kev is down Snickerdoodle Snickerdoodle Was aber auch irgendwie scheiße ist Aber überleg mal, du hast so ein Game zur Hälfte durch Drei Viertel Und dann hast du so ein Game Breaking Bug Und der wird einfach nicht gefixt Weil du müsstest das Spiel neu starten Wie krank ist das? Tja Aber gut Okay, wir haben jetzt auf jeden Fall Ich bin immer Ey, Firefox, das geht nicht Ich bin immer noch diese Mülltonne Aber du warst doch eben keine Mülltonne Ich werde jetzt dieses Spiel neu starten Ich werde jetzt dieses Spiel neu starten Ich werde mal eben das Spiel neu starten Ich hab da keinen Bock drauf Also der hat ja jetzt gespeichert, ne? Ähm, ich speichere hier mal Und dann lade ich dich neu ein Geh mal einmal ins Hauptmenü So, das Spiel ist gespeichert Dann Wie komme ich jetzt ins Hauptmenü? Zurück zum Hauptmenü Ich hoffe Für dich Wieso? Ich bin unschuldig Ich hab nix gemacht So passt das jetzt hier Ja So, krieg ich hier mal ne Einladung hier oder was? Kann ich das denn jetzt machen weiter? Ich gucke Na, Koop-Kampagne Und dann, äh, äh, Spielhosten Mit nem Freundspiel Nicht Neuspiel holen, mit nem Freund spielen Ich bin immer noch ne Mülltonne Das kann doch nicht wahr sein IP für vieles verantwortet Aber das nicht Ich hasse es Dann machen wir jetzt erstmal, äh, ne? Dass du keine Mülltonne mehr bist, okay? Ja, ich weiß ja nicht, wie das geht Wie kann das denn jetzt sein, dass ich mich wieder zurück verwandle? Du musst doch wahrscheinlich das Spiel von vorne anfangen Lol Ja, dann ist mir das egal Dann bleib ich halt ne Mülltonne Aber Aber du warst doch eben keine Mülltonne Äh Warte mal, ich lade mal meinen Boss neu Aber ich bin immer noch in der Beitrittsanfrage Ich hab dich doch schon freigegeben Ne, steht hier Ach, warte, stopp Sorry, sorry, sorry Äh Hä, warum? Ich lade dich nochmal ein, warte? Okay, Beitrittsanfrage Abbrechen Ja Okay Ja Ich hab dich eingeladen Ich hab noch nicht gekriegt Dann mach ich's nochmal Akzept Warten auf Antwort des Spielers Jetzt hör ich mir nix an Wupp 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 Vielleicht müssen wir das Spiel komplett neu starten Kannst du nicht einfach ne Anfrage stellen? Aber du bist doch der Host Also nochmal Freund einladen Hat er Hat er Freund einladen Ich hab grad ne Beitrittsanfrage gestellt Aber gut Ja, das kann möglichst sein, dass er als Mülltonne nicht einladen kann Das stimmt Ich mach mal nochmal abbrechen hier So Jetzt äh Bist du noch am Einladen oder soll ich mal beitreten? Mach mal beitreten 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 Ich hab beigetreten hier also Wie kann man denn das Overlay hier öffnen von Shift Tab Ne Wie kann man das Epic Overlay öffnen? Keine Ahnung Steuerung Tab Epic Overlay Shift F3 Shift F3 Wow So Firefox Ich hab ne Beitrittsanfrage Genau Ich kann aber Okay, das geht hier aber nicht Man kann hier nicht einladen So, dann müssen wir neu starten komplett Ja Also Das Spiel Ab zum Desktop und wieder starten und dann weitermachen Aber warum? Vielleicht bist du auch keine Tonne mehr dann Ne, ich hab grad gesehen, dass ich mich umziehen kann Mhm Nur ich frag mich, warum kann ich denn Ich seh hier auch deine Anfrage nicht Das ist ja Dann laden wir doch mal ein Vielleicht liegt's auch an dir Vielleicht müssen wir doch beide einfach das Spiel neu starten Geht vielleicht schneller, als wenn wir versuchen rauszufinden, warum es nicht geht Ich bin jetzt, ich bin jetzt auf jeden Fall keine Tonne mehr, so Das ist schon mal super, aber ich bin im Hauptmenü So, jetzt Freund einladen Ach ne, Beitreten, Freund einladen Kriegst du denn die Einladung? Akzeptieren So Gute Nacht, Lütander Also ich hab äh, akzeptiert Und was steht da jetzt? Warten auf Antwort des Spielers Was für eine Antwort? Du musst meine Beitrittsanfragen noch bestätigen Ich habe eine Einladung bekommen, ich hab sie akzeptiert Jetzt warte ich auf Antwort des Spielers Ich würd einfach sagen, lass uns das Spiel einfach jetzt an der Stelle starten wollen Zurück zum Desktop Genau, das machen wir beiderseits Sicher ist sicher A whole new world Rödel, rödel So Saints Row gleich wieder hinten ran Sancto Der synchronisiert bei mir noch Synchronize Jaja, bei mir auch noch Wird synchronisiert Vielleicht ist auch gerade Epic down Achso, das credibility Down. Oh ne, jetzt wird's ausgeführt. Direkt zwölf starten. Das hat die Maya. Shader Cache wird geladen. Auf ältere Hardware könnte irgendwas passieren. So. Dieses Spiel verwendet eine automatische Speicherfunktion. Sehr gut. So, ich könnte jetzt weiterspielen. Maya stöhnt rum. Stimmt. Schlecht Traum oder so. Nee. Kurb-Kampagne. Bin ich denn Gastgeber? Ja, immer noch. Einfach Kurb-Kampagne mit deinem Freund spielen. Irgendwann hat's ja. Okay, wir werden mal gucken. So, er lädt. Kannst du mir jetzt joinen? Äh, ich krieg keine Anfrage. Äh, ich krieg keine Anfrage. Achso, joinen soll ich, okay. Mit deinem Freund spielen im Spiel. So, Beitrittsanfrage. Zustimmung des Horsts. Jetzt geht's. Sag ich doch. So, welchen Spielstand nehme ich denn? Ich hab hier vier. Den von 23 auf eins. So. Du sollst keinen Spielstand laden. Ich muss einen Spielstand laden. Achso. Gibt doch nicht anders. Sonst fang ich ja wieder von vorne an. So. Okay, ich bin Instagame. So. So, hab ich jetzt meine Badehose wieder gemacht. Start. Okay. Brauche ich nur noch meine Schuhe. Wird schon stimme, wa? Brille? Wo ist denn hier die Brille nochmal? Accessoires? Nee. Make-up? Nee. Wo ist denn die Brille? Weißt du, wo die Brillen sind? Bei Kopfbedeckung. Was habe ich denn da eigentlich? Was ist denn das? Was ist das hier? Bedeckung? Tatsache, ja. Füße? Aber irgendwas fehlt doch noch, ne? Das ist doch eigentlich Make-up. Okay. Kopfbedeckung ist es nicht. Da, Brille. Die Tattoo ist jetzt auch... Doch, das ist ein Tattoo, ne? Äh. Kopf. Nee. Hä? So. Und der F-Fox ist da oben irgendwo. Ich guck da gerade noch, ähm... Äh. Meine Nase. Was ist mit deiner Nase? Was ist mit deiner Nase? Wofür? Waffenlager? Meine Nase, äh... Das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, was das war. Das ist jedenfalls kein Make-up. Ah, doch. Ist Make-up. Wird, dann passt das ja. So. Okay. So, ich hab mich ein bisschen realistischer eigentlich stuft hier. So. Was haben wir denn hier noch? Vorteile? Okay. Super. Vorteile. Aufträge haben wir. Ich hab noch irgendwas. Noch einen neuen Style. Ach so, ja. Die komischen... So. Was haben wir hier noch? Unterkörper. Unterwäsche. Sehr gut. So. Ja, was man alles für einen Scheiß anpassen kann hier. Egal. So. Oh ja. Du bist ganz nackt. Nee, nee, nee. Das täuscht. Das täuscht. Ich bin bereit. Wir können los. Gut. Dann kann ich jetzt mal einen Auftrag raussuchen, ne? Mhm. Ja. Hast du? Ja. Hey, just a reminder. We're having our first company meeting in a bit. Don't be late. Company meeting? Nice euphemism. I'll be right there. Wo bist du? Vielleicht da. So, muss ich zur Wohnung? Ja, wir haben ein Meeting hier. Ich bin schon da. Okay. 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 Oh, ich liebe dich, aber ich bin allergisch. Ja, point taken. Alright, lass uns brainstorm. Was würde unser Ort brauchen? Ich muss ein paar Party haben, und mehr als eine fucking Galley-Kitchen zu arbeiten. Ich möchte ein paar Geräte zu bauen. Ich glaube, Sergio wird mir nicht nach der Forge gehen. Das ist gut. Was hast du? Ich weiß nicht, eine Ball-Pit? Ich lege. Ich lege. Ich lege. Ich lege. Es muss sich defensiv sein. Wir haben viele Leute auf, und wir werden uns nicht sagen, sie versuchen uns zu töten. Du hast Spaß. Hey, man. Ich bin ehrlich. Für mich, wir brauchen es zu sein. Wir haben nicht viel Geld, also wir werden wahrscheinlich schauen, zu einem Fixer-Upper. So, wir brauchen ein Open Space für den interior, ein Plot von Land zu bauen, es hat einen Halt in eine Fire-Fight, und es hat eine Dirt-Cheap. Ja. Ich werde nicht sagen, es wird ein Bitch-Finder sein. Ich habe es. Holy shit, wir sind so gut an das. Es ist eine alte Kirche, neben Fort Cullen. Der Sanctuary ist großartig. Ich kann die Rektory in eine Garage sein. Es ist Condemned, also es cheap. Und es hat eine fucking Grave-Yard, so wir können die Böden machen. Du rockst. Nice. What are we waiting for? Let's check this place out. Let's go. I'll drive. Where is this church? Up on third. Oh, that place. Okay. Guckst du noch was nach, oder? Ich guck was. The architectural details look amazing. Let me see. Nina, this place is in ruins. I said it was a Fixer-Upper. There's a fine line between Fixer-Upper and Money Pit. Relax. The listing says it's being restored by a developer. John Bland. John Bland? The real estate king of Santo Elico? Is he the guy on all those billboards? Why does a guy that into self-promotion stick with a name like Bland? Bland is no Roger McGillicuddy, but he does restore the place. What is that? And we can still get it for cheap. Might work out. Assuming the restorations preserve the original facade. I can't even worry about preservation when I put in my stand in your kitchen, are you? We can discuss that later. 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 Hey. Nice. Why machst du sowas? Ich wollte dich... Ich wollte ausweichen. Ja, ja. Ausweichen. Bist du voll reingefahren bist du beim Ausweichen. Ups. Bin gleich da. Oh, ich glaube, das Auto fährt bloß, wo wir hin. Okay. Okay. Weißt du, das ist mir ein Auto so kaputt gemacht, dass es nicht mehr fährt. Und anderen. You deserve this. Yeah. I- 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 A- Hä, wie soll ich denn zur Baustelle zurückkehren, wenn ich da noch gar nicht war? Schiki macht schon wieder Quests hier fertig. Ja, ich bin da hingefahren. Ich weiß nicht, was du da gemacht hast. Ja, und hier steht Kehren zur Baustelle zurück. Hä? Ich weiß nicht, was du da die ganze Zeit gemacht hast. Ja, du machst die Quest weiter und ich bin noch nicht mal da. Ja, aber das weiß ich doch nicht, was du da hinten machst. Ja eben, du musst doch auf mich warten. Du hast ja nichts gezählt. Na klar, ich habe gesagt, komm gleich, warte doch mal. Nee, das warte doch mal hast du nicht gesagt. Na klar habe ich das gesagt. Nein, hast du nicht? Sowas von habe ich das gesagt. Machst du doch schön alles kaputt, ja? Ja, das müssen wir ja. Quest. Oh, es ist kaputt. So much for that demolition crew. Attention, this property is protected by Marshall Defense Industries. Hör den Bulldozer and come out with your hands up. What the fuck are these Marshall Renticops doing here? Shit, Bland must contract with them for security. Oh, fun. Hang tight, I'll take care of. Stand down, you dandals. Your mother. That's the last of them. Damn. Sounds like the drivetrain overheated. Guess it wasn't designed with you in mind. Tja, wir haben, glaube ich, ein neues HQ. But they'll be back as long as Bland owns the deed to the property. Then let's get him to sell. After this? Not like that. It'll shake him down and make him hand it over. The idols used to do stuff like that all the time. Good call. Kev, you're with me. Where's Bland even at? Let's call the number on all those billboards and find out. Bland here. One sec. Mr. Mayor. On auto. Sounds like he's at City Hall. All right, who's this? Mr. Bland. I'm calling to take that old Mission Church off your hands. Huh? Wait, are you the asshole who just wrecked my demolition site? Listen, fuck nut, you set foot on one of my properties again. I'll make sure you can't buy so much as a tool shit in this town. Well, that was uncalled for. Eh, let's go take his ass for a little ride. Ist das ein Elektroauto? Ich höre gar keinen Sound. Wow. Fährst du extra rückwärts? Nee. Das ist der falsche Gang, was er ist, ha? Oh, oh, oh. Hey, hey. Is that him in that car? Same dickish face as the billboards. Just gonna pull a man from his vehicle, huh? Ah, das ist gefixt. Der hängt bei mir raus. Aus dem Auto. Bad answer, John. I hope you don't get carsick. Let's show this shitbag a little Santo Eliso drift. Whoa, 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 whoa. Oh, toll. Get your hands up. Du musst driften. What are you doing? What are you doing? Let's go. What are you? Crazy? Yeah, John. We are. Now give us the deed. No way. Okay. Guess we're gonna have to play hardball. Fahrer zum Highway. Los, schnell. Wir auf dem Weg. Links rum. Nee, anders links. Genau so. Where are you taking me? I told you to play hardball in traffic. Ey. Boah. Pass mal auf, sie anzuschießen. Wieso denn? Die sollen anhalten. Nein. Nein. This is how you do business. That's right, man. We're local. Just give us the deed. No. Guess the ride's not over yet. Und zurück. Jawohl. Mist. Andere Richtung. Go, 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 go. So, da musst du rüberspringen. Hier? So? Weiterspringen. Los. Wo ist denn hier der Hügel? In der Mitte. Oder hier. Jawohl. Und weiter. Gerade rüber. Da links. Links. Das andere links. Da rüber. Da rüber. Jawohl. Und rechts. Und da rüber. Links, 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 links. Ja. Jawohl. Hat gereicht. Take the deed. Take my whole damn briefcase. Just leave me alone. Pleasure doing business with you. This car is also ours now too. So get the fuck out. Down and out. That worked great. We got the deed and the briefcase. Yeah. Plus we blew up some shit. Did some sick drifts. And, uh... Hier fahr du mal eben weiter. Ich geh mal eben zu mal. All in a day's work. Ready to head home? Home? I like the sound of that. Ooh, I'm gonna post about it. Yada 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 yada. Hashtag take me to church. Hashtag me to dig so this. Hashtag this. And posted. Oh, look. I already got a like. Seriously? How many followers do you have there? DJ Kev has his fans. Oh, 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 oh. So. 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 Oopsie. So, was müssen wir machen? Äh, sprechen. Finde einen Weg in die Kirsche. In die Kirsche. Das sollte easy sein. Hoppenweg. Oh, fuck. Ich bin wohl angefangen. Das stimmt. Wer ist denn du? War ich doch nicht falsch? Okay. Ich hab die Tür aufgemacht. Juhu. Oder vom Gegner. Jawoll, ja. Zum Graveyard. Ich komme schon. Boah, so ein Power Ranger spielen. Wir müssen auch noch einen Tor haben. Super gut. Ups, Alter. Ich verspreide. Ich komme nicht zurück. Anfänger. Ah! Da kommt noch jemand, ein Boss. Boss ist weg. Zauber. Mh-hm. Well, at least we've got a cool logo. I'll take it off the whiteboard. We need a name. The Saints. We call ourselves the Saints. So fängt alles an. Der Anfang der Serie und gleichzeitig das Ende. Hm, wieso kommt kein Teil mehr? War, glaube ich, nicht so erfolgreich. So, warte mal. Fähigkeiten. Freischalten. Wie, was schaltest denn frei hier? Hier kannst du auch Fähigkeiten freischalten. Echt? Ich hab alle schon. Ich nutze die gar nicht. Ich bin aber zu umständlich. Ja, ist so. So. Was soll ich jetzt machen? Ich mach immer noch hier erst mal Fähigkeiten freischalten. So, Vorteile. Was können wir da machen? Vorteilsplatz kaufen. Okay. Ich hab keinen anderen Vorteil. Und jetzt suche ich einen neuen Auftrag aus. Okay. Büro-Deko. Aktivieren. Hast du angenommen? Oder abgelehnt? Ich hab schon längst angenommen. Okay. Begib dich zur Kirche. Oder so. Fähig mit Cap. Einer. Das ist ein Auto-Anschlag. Yo. Ich habe tatsächlich. Erinnerst du Teddy? Dein Ex? Der Mann mit dem Ponytail? Der andere Ex, Teddy. Die Frau mit dem Mohawk. Okay, das war jetzt nicht so weit weg. Aber wo geht's denn hier rein? Wunderbar. Okay, so hier ist es, wie es funktioniert. Ich denke, ein Western-Goldener Kanon würde in der Kirche rocken. Ein Bild davon. Mach ich jetzt ein Foto? Ach da. Habe ich? Ach so, zu nah. Okay, schon. Ziel ist nicht zentriert, was? Zu nah? Was für ein Schwachsinn dafür jetzt extra da hinzufahren. Ach, Melissa. Sie hat ein gutes Herz. Oh, how about we put the cannon here? Okay. Was? Die Kanone, nicht das Kanickel. Toll, und ich bin tot. Keine Ahnung, was jetzt passiert ist. Ja, du solltest die Kanone platzieren, nicht das Kanickel. Ja, aber ich kann jetzt tun. Ja, weil ich tot bin. Da kann ich ja nichts für. Alles gefixt. Ich kann gar nichts machen, das ist unlustig. Kann ich mich respawnen? Irre. So. Ich muss den doch mal machen. Ah ne, jetzt. So, warte. Kann man uns überspringen. So. Hä? Ich hab's schon platziert. Ja, wir müssen den Aufwand trotzdem machen. Ich hab's schon mal gesehen. 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 Wie funktioniert das? Es funktioniert. Ja, aber wie? Es funktioniert. Ich hab's schon mal gesehen. Ich weiß jemanden mit einem 3D-Printer oder was? Ich weiß eigentlich. Erinnere Teddy? Ihr Ex? Der Mann mit dem Ponytail? Der andere Ex-Teddy. Der Mann mit dem Mohawk. Der Mann mit dem Mohawk. Ich hab's schon mal gesehen. Hier geht es. Ich glaube, der Western Golden Cannon würde rocken. Aus embryer sehen er. Eine pieceし, die wir haben. Geh mal weiter und sehen was wir haben. Entschuldigung, Teddy. Sie war cool. Sie ist. So weh, das klappt jetzt nicht. So, ich mach jetzt mal gar nichts, dann platzier du das mal nochmal, nochmal. Ist platziert. Warte, muss ich wegnehmen? Moment. Toll. Dafür gab es wieviel? 2500 Geld. Hm. So, und jetzt ein kleines bisschen kümmern wir noch. Jaja, hier steht ja nicht, was jetzt groß oder klein ist. Hm. Tja, interessanterweise ist hier unsere Küche drin gewesen, gerade eben aus den vorherigen Sequenzen. Ähm. Ist really important, okay? Ähm. 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 Warum? Wie kackt, Alter. Ist das hier mit Drive-In oder was? Ja. Die wollten alle einen Mega-Burger haben. Wo stehst denn du mit der Karre? Hey. Vom Drive-In hier? Wollen wir wieder einsteigen? Steig da ein. Geht nicht. Boah, glaub du mal stehen jetzt. Ne, ich wollte bloß wegfahren, dass du da einsteigen kannst. Check mal aus. Genau. Alles gefixt. Oh, warte, ich mach Surfen. Okay. Okay. Okay, warte, ich kann mal. Boah. Okay. Ja, dann mach was so, er fährt. Äh. Doch, der fährt nicht. Mann. Aber in die Karre kann der auch nicht einsteigen, außer ich geh aufs Dach. Ab ins Dach mit dir. So. Okay, er ist drin. Er ist drin. Oh Mann. Kannst du vorsichtig fahren, bitte? Ich fahre vorsichtig. Guck mal, die springen vor mir. Warum? Es ruckelt. Oh ja, warum? Es ruckelt. Oh ja, warum? Es ruckelt. Es ruckelt. Oh ja, warum? Es ruckelt. Ich seh's. Ich merk's. Bei mir wird das Spiel ständig. Also das Auto zu... Was los? Oh, es ist drin. Ja, wie war das? Das Spiel? Oh, es ist drin. Oh ja, genau. Oh ja... Oh ja. Das soll sich ein neues Ruckelt. Sie sollten in die Be Philippe leben schneller gehen. Ja. Der Geist. Ja. Oh ja, das ist das. Ah! Oh, wo ist der Burger Burger? Hey, my friend here needs a chicken kids meal with a Mecca Burger toy in purple. They're all gone. Those horrible people in pink stole the entire shipment. They said something about striking a blow against capitalistic materialism and soggy French fries. Fuckin' idols. They really are a bunch of thugs, taking joy from children. Fuck children, they took joy from you. Buckle up. Oh, da fährst du selber, okay. Yo. Ich hab'n gleich. Ich soll'n'n verfolgen, oder? Rammeln. Toll, du hast mich gerammt. Danke. Ach, das warst du? Nee. Hey, mach dich kaputt. So, wir haben's Auto. Was warst du? Oh, das war's. denn jetzt? Dann müssen wir jetzt nach Hause fahren. Eine Playlist-App, okay, Freunde, Waffenverbesserung, okay, super. Gut. Es scheint einigermaßen zu laufen, das Ding. Ich werde mal jetzt noch zwei, drei Minuten, zwei, drei Minuten, hier steht Waffe, verbessere deine Waffe im Waffenlager. Wo ist denn das Waffenlager? Ja, drin. Ja, es ist gut zu wissen, aber wo drin? Hier. Wo ist hier? Hier. Wo? Hier. Also Waffenlager ist unten, so viel weiß ich schon mal. Wo bist du? Wo muss ich hin? Wo denn? Waffellager. Denn hier hilft nicht viel. Wo ist hier? Hier geht's nicht rein. Hä? Wo bist du denn? Wo bist du? Hallo? Ja, was soll ich dir denn sagen? Ich bin einfach nur unten weiter ausgelaufen. Ja, wo denn? Wo bist du denn hin? Wo ist denn das Waffellager? Hä? Hallo? Ja. Ich sehe dich nicht auf der Karte. Bist du das Waffenlager? Hier ist das Waffenlager. Du bist gar nicht da im Waffenlager. Ich stehe hier vor dem Waffenlager. Ach, da bist du. Ja, siehst du? Ist doch okay. Erstmal alle Waffen auf Stufe 2 aufrüsten. Zack. Keine Ahnung. Ich habe alles auf Stufe 2 erstmal gemacht. Was, du? Schon auf Stufe 2 schaffe ich gar nicht. Habe ich gar nichts geschafft auf Stufe 2. Bumm. Wauw. Kann man hier platzieren. Ja, die Sachen, die du dann findest, kannst du platzieren. Oh, da ist ja ein Huhn. Cool. Mit Leuchte. Okay. So, dann mache ich mal noch ein Design. Oh, eine Fähigkeit habe ich noch. Äh, harter Knochen, was auch immer. Gesundheitsverbesserung. So ein bisschen antassen hier. Kann ich das hier, kann ich das wieder wegnehmen? Achso. Hä? Ah. Ach, das ist dauerhaft. Das kann ich gar nicht benutzen. Okay, verstehe. Gut. Sehr gut. So, was haben wir denn noch an neuen Sachen bekommen? Neue Kopfbedeckung. Baseball. Nee, will ich nicht. Baseball. Baseball. Nee. So. So. Huch. Huch. Ah weh. Der normale Zensiertfilter ist schon gut. Das ist okay. Muskelausprägung. Ist klar. Richtig gut sichtbar, ne? Adern. Nah am Original halt, ne? Ja. Muss ja. Also. Ich, äh, gut. Körperbehaarung. Oh ja. Oh wow. Oh ja, das ist gut. Oh ja, das auch. Tannenbaum, super. Beharrt, überwuchert. Beharrt, üppig. Das ist schon Bond-like. Hm. Ach, guck mal hier. So, warte. Warte. Kürbislaterne. Mhm. Russischer Bär. Schwitzig. Sieht doch ganz gut. Ne, sieht nicht gut aus. Ja. Yeti. Yeah. Oh Gott. Ähm. Wo ist denn der? Das hier. So. Bräunung. Vor allem ich, weißt du? Rot, ja. Krebsrot. Da sind Herzchen auf dir drauf. Mhm. Hi, Gableman. Da kommst du ja früh zum Ende des Streams. Okay. Mit Flecken. Mhm. Körperbehaarung hatten wir. Farbe, das ist jetzt... Welche Farbe? Ach, die Farbe von meiner Körperbehaarung. Cool. Ja. Hallo. Ich habe Farbe in meiner Körperbehaarung. Einfach nice. Einfach alles zensiert hier. Sehr gut. So muss das. Gesichtsbehaarung? Was ist das? Neue Gesichtsbehaarung? Ach so, ohne. Ach du Gott. Nee, mit ist besser. Äh, was haben wir denn noch Hübsches? Wir haben hier noch... Immer noch... Ach hier, Hemden. Okay. Okay. Was haben wir denn für ein Hemden? Die haben wir auch... Oh, ja, das ist super. Geil. I like. Alle. Oh, mhm. Oh. Also das Lama super. So. Frau wollte Film schauen. Ja, kann sie doch. Aber du kannst ja auch hier zuschauen. Aber nicht mehr lange. Äh, ich habe keine Tattoos für die Arme. Okay. Kopfform brauchen wir nicht ändern. Hast du mein hübsches Gesicht schon mal angeguckt, ja? Ja, ich habe sogar gesoomt hier. Ja. Sieht super aus, ne? Oh, das sieht gut aus. Das nehme ich. Oh, ja. Wir sind auf jeden Fall ein gutes Couple hier. Das sieht gut aus. Kreolen. Hm. Hast du auch schon Accessoires an deinen Ohren? Nee. Aber das hat meine auch nicht. Die braucht es nicht. Ach so. Oder wollte es nicht. Ja, hast du die gesagt, ja? Ja. Aber, Gentlemen, kein Problem. Gleich fängt ja der neue Playstation Sale an. Deswegen werden wir gleich noch eine kleine Bonus-Episode hier dran lassen. Da gucken wir einmal durch die Sale-Artikel. Sale. Sale-Away. Guck mal, ich kann auch so machen. Siehst du das? Ja, du bist dick. Und dünn. Also das ist ja, wow. Mach nochmal ganz bauchig. Krass. Und das andere Extrem. Wow. Das ist sehr strange. Das ist ungefähr Mitte. Ja, das ist quasi so, wie du bist. So. Ja, also so, so. Sehr muskulös. So sieht das ungefähr aus. So. Genau. Also so kann ich mich noch dran erinnern. So sieht das aus. Ja, ich auch. Ja. Beim letzten Mal. Genau. So, jetzt gehen wir mal ein bisschen in... So. Oh. Das ist, denke ich mal, normal. Das sollte passieren. Das? Ja, so sieht jeder aus. Genau. So. Genau so. Und so? Oder so? Ja, das ist... Das andere ist auch gut. So. Und das... Guck mal hier. Warte. Siehst du? Was soll ich denn sehen? Äh, im Schritt. Ach so. Das ist entweder größer oder kleiner, das Sensor. So, warte mal. Ich nehme mal Prothesen in der Hand. Guck mal hier. So. Das ist aber nicht in der Hand, das sind die Füße. Ja, guck mal hier. Ja. Ja, ja. Kannst du machen. Ja, da hast du recht. Also es ist natürlich richtig irre, wie krass man seinen Charakter da anpassen kann. Guck mal, eine Pinocchio-Hand. Ja, aber Prothesen, nee. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Jetzt ist es mehr so Terminator, ne? Also wenn du jetzt so bleiben würdest ohne Klamotten, wäre jetzt so richtig Terminator-like. So, ich denke mal, es passt schon so. Ich speichere mal. Hast du jetzt auch noch Klamotten oder bist du nackt? Oder bleibst du so? Eigentlich hatte ich mal Klamotten. Warte mal, wenn ich jetzt so mache. Oh. Warum bin ich so rot? Oder Outfit. Ja, das hast du eingestellt. Nein, das habe ich nicht eingestellt. Doch, 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 doch. Ich habe rote Haare. Warte mal, Unterwäsche hatte ich eingestellt. So. So. Und dann hatte ich noch ein Wingsuite. Das ist so. Ah, ja. Okay. Und dann hatten wir noch was für den Unterkörper. Da hatte ich mir so eine Wüxen. Da hatte ich noch hier Unterteile. Ach so, das ist bloß für... Oh ja. Oh ja. So, dann brauchen wir noch Füße. So, das passt gut. Und dann habe ich hier noch Ganzkörperklamotten. Ja, nee. Das war mal lieber. Aber das steht doch, oder? Also musst du zugeben, das... Sieht okay aus, ja. Ja. Wo bin ich denn so rot? Muss da Blech fliegen. Vielleicht warst du zu lange in der Sonne oder so? Ich habe so einen Rotstich. Aber ich bin... Ich bin nicht so rot. Mit ziemlicher Sicherheit nicht. Aber Haut... Doch Hautfarbe habe ich geändert. Warum? Ah. Das ist schon ein bisschen extrem. Ich heu. Halt. So. So ist besser, ne? Oh. Oh. Was ist denn hier Fleischfarben eigentlich? So, ne? Das ist Fleischfarbe, ne? Ja. Okay. Ich weiß nicht, in der Sonne sieht das so ein bisschen... Guck mal hier so. Ich schwitze. Ich habe auch so ein bisschen Schweiß drauf gemacht. Ja. Jetzt bin ich aber so kiesig weiß. Ist das okay so? Ne. Ja, ich muss doch auf meine Optik achten. So. Okay. Gut. Ich denke mal... Ui. Dreckqueen. Was für eine Dreckqueen. So. Ähm. Das war es dann für heute. Es ist Bettzeit. Morgen geht es zur Arbeit. Raus aus der... Ne, Pseudo-Quarantäne war es ja nicht. Ähm. Bis jetzt ist nichts eingetreten seit Samstag. Ich denke mal, ich habe gestart gekriegt. Sehr gut. Und K1 ist auf dem Damm. War ganz wenig zu sehen. Also dann trotzdem Nummer sicher. Aber äh. Wird ganz schön langweilig für K1. Ja, das ist klar. Obwohl K1 sehr gerne im Zimmer hockt. Aber jetzt wird es langweilig. Naja, und der Rest. Mal gucken, was mit Schwiegermutter noch ist. Ähm. Da geht es zumindest langsam aufwärts. Lassen wir uns überraschen. Sehr gut. Genau. Gut. Gute Besserung weiterhin. Das soll es an der Stelle gewesen sein. Wir sehen uns morgen Abend zu einem Spiel. Mal gucken, welchem. Kann sein, dass wir Gable Knight spielen weiter. Kann sein, dass wir ein anderes weiterspielen. Ich bin mir da noch nicht sicher. Ganz viel kann sein, ne? Ja, kann sein. Es ist alles ein bisschen... Ähm. Lassen wir mal auf uns zukommen. Okay. Definitiv, ne? Deswegen vielen Dank fürs Zusehen. Schlaf gut. Träumt was Schönes. Und bis demnächst. Tschö. Und wir schmeißen noch die Playzie an. Ja. Also Tschüss an Twitch, ne? Genau. Tschüss. Tschüss. Tschüss.